Das waren bestimmt nicht alle. Das Blöde ist, dass das halt so viel Zeit kostet, der Bauchplatscher. Dann schaffen wir, wir haben jetzt einfach alle. Boah, super. Ah, und das wäre dann auch... Die Äpfel wäre dann auch eine Hilfe gewesen, dass man nicht da hinten runterfällt. Okay. Super. Yay, wir haben alle. Das war doch... Das ging nochmal durch hier. Das ging durch wie Buddha. Sehr schön. Okay, dann müssen wir nochmal in Hanging Out. Genau wegen allen Kisten. Kriegen wir eine Nachricht? Nein, kriegen wir nicht. Ich nehme schon wieder eine Dreiviertelstunde auf. Das ist unfassbar, wie schnell die Zeit bei Crash vergeht, ne? Ich spiele das heute noch durch. Ups. Na egal. Aber bevor ich das heute durchspiele, muss ich noch gucken, ob es hier für Cheats gibt. Weil ich wollte das ja jetzt immer machen, dass ich dann ein paar Cheats zeige von dem Spiel. Habe ich ja auch bei Spyro gemacht. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, auf jeden Fall. Das mache ich dann. Ich mache eh gleich nochmal... Also in 15 Minuten... ...wann mal ein Päuschen... ...wenn mir die Datei nicht so riesig wird. Und wenn da mal irgendwas schief geht, dann ist halt nur eine Stunde flöten. In der Formszeichen nur. ...statt der ganzen Aufnahme. Ich glaube, ich nehme dann noch irgendein Playstation 1 Spiel auf. Und solange ich die Röhre hier unten stehen habe, werde ich das Ding auch nutzen. Weil ich habe sie mir jetzt eigentlich nur wegen Crash runtergeholt. Hö, 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 hö. Ja. Das hat Musik. Unfassbar. Ja, ja. Da sind wir gleich schon wieder... ...das war klar. Wo wir aufgehört haben. Da unten ist ja schon der Checkpoint. Das weiß ich zum Glück noch. Nämlich da. Ich will schon mal gucken, ob es hier noch Kisten sind. Nein, da unten waren auch keine Kisten, sondern nämlich nur Lebens. Ab auf die Bonus-Plattform. Ja, das ist echt so behindert. Voll mit dem Kopf da drinnen gewesen, ey. Na gut, dann machen wir es halt noch mal. Oh, gleich den Kakao trinken. Hm. Das war gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, das kommt darauf an, wie hoch man davon abspringt. Weil wenn man normal drauf springt, dann sind es zehnmal. Wenn man hoch abspringt, sind es nur achtmal. Lustig. Oh, hat sich gerade voll einer abgeleckt hier. Das sieht mir schon sehr nach Ende aus. Ende, Puppende? Ja. Ja, und da ist der Edelstein. Wunderbar. Nächstes Level fertig. Jetzt trinke ich mir gerade mal was. Sehr schön. Degenit ist, glaube ich, wieder so ein Bienen-Level. Genauso wie Behaving. Keine Dings. Gut, machen wir Degenit. Da gibt es auch irgendwas. Na, da gibt es eine Todes-Plattform. Gedöns. Okay. Ich lasse die mal. Nee, hier gibt es, hier geht es in Dings in, in einem anderen Warp-Room. F**k. Das kriegen wir hin. Ja, also entweder gab es hier Todes-Kopf-Toten-Koom-Äh, Totenkop-Plattform. oder was in anderen vorkommen was aber keinen sinn macht weil es dabei nämlich keine hier gibt es doch nichts zu vergraben das war klar mal wieder Haben wir alle? Ja. Och, Mann. Nur, weil sie so ein beschissenes Timing hatte. Und ich auch gar nicht gemerkt habe, dass sie so weit schießen kann. Ich hasse diese Pflanzenviecher. Nächst. Weg. Erst Checkpoint. Macht uns das eigentlich egal, welche Reihenfolge wir das machen. Aber ich wollte erst den Checkpoint haben. Ich will da oben drauf. Das geht bestimmt. Dann eben nicht. Alles kaputt machen. Das war schon 22. Hört sich auch gut an. Ja, Totenkopf-Plattform. Ich glaube, da kommt er auch von hinten dran. Von daher ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Och, nö. Ich mag das Gesicht daneben auf dem Stein so... Naaah Na? Woah Junge, Junge, Junge. Ach, mit X kommt man da wieder raus. Das ist aber ein ganz schön langer Weg. Wie viel leben wir mal? 48! Ach, mit X. Ich will den Checkpoint mit. Okay, da kommt man aber hin. Nämlich so. Ich will erstens den Edelstein haben und zweitens die Kisten, die hier sind. Ich will den Checkpoint mit. Ich will den Checkpoint mit. Das ist schon mal gut. Dann sind das 3. Oh. Okay, 3. Sind wir noch bei 3? Na? Immer noch bei 3. Ich will jetzt mal, das wird auch bei 3. Ne. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 0. 4. Ich meine, das wären nur fünf Kisten. Das kann man mir nicht vorstellen. Das sind noch kommen welche. Das sind noch welche kommen nach den Nitro-Kisten. Ich muss mir meine Fresse halten, sonst höre ich die Bienen nicht. Ich habe nichts gedrückt. Komm schon. Ich hätte es vielleicht sogar von vorne geschafft. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Okay, das sind die letzten beiden. Schätze ich einfach mal. Jetzt den Weg einfach nur noch zurück und hoffen, dass ich alle Kisten habe. Ich habe sie nicht tot gemacht. Hm. Okay, weg. So. Es ist so langsam, ne? Nein. 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 Ich hätte gern einen. Fuck. Ein Checkpoint. Alle Kisten, alle Kisten, alle. Ja. Sehr gut. Pod. Tat Tranqu carrots, würde ich sicher noch не circumstれてieren. Musik fucked. Musik fuck. Musik 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 Sehr gut. Yes! Road to Ruin. Da müssen wir eigentlich nicht mehr rein. Okay. Haben wir jetzt hier oben alle? Ja, Crash? Jo, dann sind wir hier oben schon fertig. Sehr schön. Dann speichern wir mal das Spiel. Und ich mach wieder ein kleines Päuschen. Denn eine Stunde ist schon wieder rum. Unfassbar, wie schnell die Zeit rumgeht. Gut, ich hoffe, euch hat die kleine Aufnahme gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!